Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zum SG Index Checker Mittag, präsentiert von der Societe Generale. Mein Name ist Bastian Kaluschkan. Wir wollen uns heute den Kakarond aus Frankreich aus technischer Sicht etwas näher ansehen. Es waren sechs verlorene Monate im Index. Das kann man schon mal festhalten. Es ging hochvolatil zur Sache, aber letztendlich weder die Bullen noch die Bären konnten sich seit März nachhaltig in Szene setzen im Kakarond. Die letzte Abwärtsbewegung beginnend mit dem 25.07. stoppte im Unterstützungsbereich 5,152 bis 5,212. Insofern kann man schon mal eine erste Aussage tätigen. Sollte dieser Bereich unterschritten werden, würde sich das mittel- bis langfristige Chartbild eintrüben. Der Index könnte dann sogar in einem Extremszenario noch einmal die Dezember-Tiefs ansteuern, da dann erstmal eine Umkehrformation im Chart aktiviert wäre. Also die Käufer müssen schauen, dass sie diese Zone verteidigen. Wenn wir in die Mikromuster reingehen im Tageschart, sehen wir ausgehend von diesem Unterstützungsbereich einen ersten Erholungsimpuls. Das ging auch recht dynamisch zur Sache. Seither fallen wir, allerdings lang nicht so dynamisch wie dieser Aufschwung oder wie dieser Abschwung verlaufen ist, also eher korrektiv. Hier muss man nun sehen, dass das Gap auf der Unterseite geschlossen wurde, der Chart zur Unterseite bereinigt worden ist, dass auf der Oberseite allerdings noch eine weitere Kurslücke hier klafft zwischen 5,455 und 5,500 Punkte. Die große Frage wird daher sein, schaffen es die Käufer noch einmal den Index nach oben zu hieven und dieses Gap zu schließen. Bislang ist der Index relativ schwach unterwegs und notiert aktuell in etwa inmitten dieser kurzfristigen Range zwischen 5,441 und 5,300 Punkten. Unterhalb von 5,300 Punkten könnte die nächste Verkaufswelle losgetreten werden. Wir haben dann noch eine kleinere Unterstützungsmarke, die ich Ihnen gleich im Stundenchart zeigen werde. Vorrangig dann käme aber erneut der Bereich 5,152 bis 5,212 ins Spiel. Auf der Oberseite müssten wir logischerweise das Verlaufshoch bei 5,441 überschreiten, um überhaupt aus dieser Abwärtstendenz rauszukommen und eine neue Aufwärtsbewegung starten zu können, zumindest das Gap schließen zu können. Bislang ist die Voraussetzung hierfür nicht erfüllt, nur eine von beiden Voraussetzungen ist erfüllt. Ein höheres Tief haben wir bislang markiert mit diesem Gap-Close und der Erholung, aber dass das hoch bei 5,441 überschritten wurde, dass es eben noch nicht erfüllt und solange das nicht der Fall ist, haben natürlich die Bären weiterhin mit Blick auf die Entwicklung seit Ende Juli die etwas besseren Karten. Neutraler formuliert ist diese kurzfristige Range intakt, 5,341. Darüber das Ziel das große Gap, darunter das Ziel voraussichtlich noch einmal der Test dieser Unterstützungszone. Wenn wir uns das Ganze noch mal detaillierter anschauen im Stundenchart, dann sehen Sie, dass der Index sich erholt hat zuletzt, diese Erholung aber eher dreiteilig verlaufen ist, also hier eine ABC-Struktur aufzuweisen oder festzuhalten ist im Stundenchart. Heute geht es dynamisch abwärts. In einem bärischen Szenario ist also diese Erholung bereits vorbei. Ist das als bärische Flagge zu interpretieren und wir fallen in den nächsten Stunden noch einmal auf 5,300 Punkte. Das wäre ein potenzielles Trading Setup. Der Stopp müsste in diesem Fall oberhalb des Verlaufshochs bei 5,399 platziert werden oder dann noch etwas weiter gefasst im Bereich des Doppelhochs hier bei 5,441. Unterhalb von 5,300 Punkten wäre der Abwärtstrend bestätigt. Es gibt dann noch eine Unterstützungsmarke, die man nennen könnte, die man auch ein bisschen versteckt nur erkennen kann mit Hilfe der FIBOS bei 5,274. 5,274 dort wäre das 61,8er Retracement anzusetzen über die letzte Erholungsstrecke. Also 5,274 wäre die letzte Chance für die Käufer hier nochmal gegenzuhalten. Jetzt wird es kurzfristig erstmal darum gehen, können wir diese Aufwärtstrendsystematik beibehalten. Also dreht der Index von dort aus wieder nach oben ab von dieser Trendkanalbegrenzung oder fallen wir nach unten durch. Wer die Long-Seite spielt, sollte Stops am Tief bei 5,300 platzieren, spätestens aber unter dem 61,8er Retracement. Alles was dann tiefer geht, wird unwahrscheinlicher, dass wir hier nochmal die Kurve dann zur Oberseite bekommen. Ganz ausschließend kann man es natürlich nicht. Es gibt keine 100% Wahrscheinlichkeit an der Börse, aber keine Gewissheit, keine Sicherheit. Aber es ist klar, je mehr wir nach unten wegdriften, desto unwahrscheinlicher wird es, dass das nochmal etwas nachfolgen kann. Insgesamt also die Struktur zur Oberseite schon recht fertig. Jetzt muss man sehen, was die Verkäufer noch drauf haben, ob sie den Index auch dann vielleicht mit Hilfe der US-Indizes am Nachmittag weiter nach unten drücken. Long ist klar, muss eng abgesichert werden. Short kann eng abgesichert werden, oberhalb des Hochs von gestern oder dann, das ist die Alternative oberhalb von 5,4,41. Wenn Sie etwas handeln möchten, auf den französischen Leitindex habe ich Ihnen wie immer zwei Derivate mitgebracht. Mit der WKN ST8UD4, ein Turbo Endless Call, Basispreis gleich Knockout-Schwelle bei 4851 Punkten, der Hebel bei 10,5. Und die Short-Variante mit der WKN SR2J2G, ein Turbo Endless Put, Basispreis gleich Knockout-Schwelle bei 5873 Punkten, knapp der Hebel bei 10,2. Wie immer an dieser Stelle wünsche ich Ihnen natürlich viel Erfolg und würde mich sehr freuen, wenn Sie morgen nochmal einschalten zum nächsten SG-Index-Check am Mittag. Bis dahin alles Gute. Tschüss.